Musik Wie lange arbeitete ihr schon hier? In diesem Monat im August vier Jahre. Macht es Sinn, dass sie Spass? Sehr ja, sehr. Ich bin mit dir aufgewachsen. Wie viele Tiere habt ihr hier? Hier? Uh, das sind viele. Das sind über 1000. Schon mit den Fischen natürlich. So genau will ich es nicht sagen, aber es sind definitiv über 1000. Wie viele verschiedene Arten habt ihr hier so von den Tieren? Oh, viele. Fische haben wir sicher etwas um die 1000 verschiedene Arten. Und dann haben wir noch die Epilie, die 200 Arten sind zum Teil viel. Im Durchschnitt, wie viel kosten so die Tiere? Durchschnitt etwa zwischen was für ein Tier zwischen 50 und 100 Franken. Ich danke euch noch für das Interview. Ja, bitteschön. Auf Wiedersehen. Hau, täh! 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 Hau, täh!